So, drei Minuten vor Ende wurde noch mal ausgewechselt. Onur und Olli kam und dafür sind runtergegangen Marcel und Berkhan. Soll ich das jetzt nochmal alles auf Sturm setzen, die letzten drei Minuten, die wir haben hier. Komm, Hexi! Jawoll! Auf Ibo, 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 Ibo! Ibo! Ah! Wenn der aufs Tor geht, schade, die Höhe hat er gehabt. So.